Willkommen zur 163. Ausgabe von Europe Calling, heute in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend moderieren, gemeinsam mit Volker Weichsel, dem Redakteur bei der Zeitschrift Osteuropa. Ganz besonders begrüße ich auch unsere Diskussionsgäste und blende kurz jetzt eine Folie ein, damit alle sehen, wie es heute Abend abläuft. Wir beginnen mit einer kurzen Einführung von Volker in das Thema, dann hören wir die vier Input-Statements von Zuzanik Nersessian von der tschechischen Hilfsorganisation People in Need in Armenia, dann Thomas de Waal, Zinefella am Carnegie Europe, Narek Sukishian, American University of Aminia and Yeran State University und dann am Ende Robin Wagner, das Koordinator der Bundesregierung, unter anderem für den Südkaukasus, für die gesellschaftlichen Beziehungen Südkaukasus und andere Teile, das wird er uns dann selber sagen, weil der Titel hat nicht auf die Folie gepasst, steht da im Text, versteht das schon. Und dann am Ende haben wir Zeit für Fragen und die Diskussion. Und dann noch ein paar kleine Hausmitteilungen. Wie immer könnt ihr bei Europe Calling Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Das ist ganz wichtig. Wir haben über 600 Anmeldungen jetzt, damit wir die wichtigsten Fragen rausfiltern können, die euch interessieren. Macht das. Dazu kommt der Link gleich in den Chat und ihr seht das auch recht schön mit dem QR-Code. Könnt ihr auch gleich abfotografieren, wenn ihr euer Handy in der Hand habt. Und Europe Calling wird auch wie immer aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast veröffentlicht. Wenn ihr also mit eurem Namen etwas fragt, dann bedenkt das bitte und nutzt jedenfalls einen anderen oder nur euren Vornamen. Soweit dazu. Dann möchte ich gerne noch unseren Förderinnen und Fördermitgliedern danken, die Europe Calling möglich machen. Wir sind komplett aus Spenden und Crowdfunding finanziert. Ohne euch gibt es es nicht. Ganz herzlichen Dank. Und dann beginnen wir jetzt auch schon mit Volker Weichsel, Redakteur bei der Zeitschrift Osteuropa, für eine kleine Einführung. Volker, du hast das Wort. Vielen Dank, Max. An alle Zuschauer muss ich am heutigen Abend sagen, wir haben uns hier in diesem Online-Raum zusammengefunden an einem Tag, an dem wir traurige Zeugen eines traurigen Ereignisses sind. Und heute, gestern und in den nächsten zwei bis drei Tagen wird eine jahrhundertelange Präsenz armenischen Lebens in der Region Karabach zu Ende gehen. Wir werden heute live Zeugen davon, wie diese Bevölkerung, die dort gelebt hat. Das waren vor Jahren noch um die 120.000 Menschen, mittlerweile um die 70.000 flieht. Und das ist keine Flucht, sondern es ist eine offensive Vertreibung, nachdem der Staat Aserbaidschan, auf deren Territorium sie gelebt haben, in zwei Kriegen oder in zwei Kriegen in dem Jahr 2020 und jetzt vor genau einer Woche alle Möglichkeiten zur Selbstverteidigung, alle Institutionen der Autonomie, die diese Bevölkerung sich aufgebaut hatte, militärisch zerstört hat und den Exodus der Bevölkerung entgegen der eigenen Worte aktiv vorantreibt. Wir werden in wenigen Tagen sehen, dass es praktisch keine Armenier mehr in diesem Gebiet Berg Karabach gibt. Um welches Gebiet handelt es sich? Wir sind ja quasi permanent seit vielen Jahren Zeuge von sich immer weiter ausdehnenden Katastrophen, Flüchtlingsströme überall. Und aus diesem Grund muss ich kurz etwas zu der Region sagen für alle, die gar nicht mehr mitkommen, wo wir Zeuge des Elends werden. Wir sind im Südkaukasus und im Südkaukasus gibt es die drei Republiken, Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Und auf dem Gebiet Aserbaidschans gab es zu sowjetischen Zeiten, seit 1921 bis 1991, bis die Sowjetunion zerfiel, ein autonomes Gebiet, Berg Karabach, in dem überwiegend Armenier siedelten. Und als die Sowjetunion begann zu zerfallen, 1988, erklärten sich dort lebenden Armenier, wobei auch Aserbaidschaner dort lebten, für unabhängig. Und das brach ein Krieg aus, den die Armenier mit russisch-sowjetischer Unterstützung gewonnen haben, damals auch viele Aserbaidschaner vertrieben haben. Es gab ethnische Säuberungen auf beiden Seiten. Es gab Pogrome in Aserbaidschan, in der Nähe von Baku. Es gab armenische Vertreibungen. Und dann gab es seit 1994 einen jahrelangen Stillstand. Und im Jahr 2020 hat Aserbaidschan in einem erfolgreichen 44-Tage-Krieg von den Karabach-Armeniern erobert das Gebiet, zurückerobert und hat die geopolitische Lage komplett gedreht. Und seit diesem Zeitpunkt ist klar, dass Aserbaidschan als Petro-Staat mit Waffen, das es von Ölgeld unter anderem aus der Europäischen Union gekauft hat, diese Bevölkerung massiv bedroht. Wir haben auf der einen Seite natürlich die territoriale Integrität und auch die staatliche Souveränität als ein Völkerrechtsprinzip gehabt, aber auf der anderen Seite natürlich die Pflicht jeden Staates, die Bevölkerung auf seinem Gebiet tatsächlich zu schützen, eine Schutzverantwortung. Und dazu gehören eben auch Minderheitenrechte und Minderheitensicherheit. Und Aserbaidschan hat über die letzten Jahre seit diesem Krieg versprochen, und bis in die letzte Minute hinein vor einer Woche versprochen, den Betretern europäischer Politik, die alles versucht haben zu vermitteln, versprochen, dass es dieser Bevölkerung eine Sicherheit geben wird und dass es keinen militärischen Angriff geben wird. Und dann gab es diesen Angriff doch mit Unterstützung der Türkei und auch mit aktiver Duldung Russlands, der ehemaligen Schutzmacht Armeniens und der Karabach-Armenier. Und jetzt haben wir heute diese Vertreibung. Und ich muss sagen, die Situation geht noch weit darüber hinaus. Wir haben das humanitäre Leid dieser Menschen, die jetzt vertrieben werden und in Armenien ankommen. Die Situation geht weit darüber hinaus. Es gibt eine große Gefahr, dass Aserbaidschan zusammen mit der Türkei die Situation nutzt. Und im Süden Armeniens, man sieht es hier auch ganz gut auf der Karte, dass es dort einen schmalen Streifen gibt. Und der graue Bereich links gehört noch als Exklave zu Aserbaidschan. Und dann folgt schon die Türkei. Und es gibt einen Anspruch Aserbaidschans mittlerweile auf dieses südliche Armenien, mindestens auf einen Korridor, das sie komplett kontrollieren, wenn nicht gar auf das gesamte Gebiet. Es ist also nicht so, dass wir nur traurige Protokollanten dieser ethnischen Säuberung sind, sondern es gibt auch tatsächlich noch die politische Aufgabe, eine weitere Aggression dann gegen die Republik Armenien, nicht nur wie momentan gegen die Karabach-Armenier, sondern gegen die Republik Armenien zu verhindern. Und deswegen wollen wir jetzt in diesem Jahr, eine Diskussion ist es nicht, ich glaube, es ist wirklich der Zeitpunkt, wo man nicht diskutiert, sondern es ist ein Briefing, was zu tun ist, in drei Schritten vorgehen. Wir haben eingeladen aus Gordes, das kann man hier auf der Karte sehen, wenn der Max die Karte nochmal einblendet, ist bei uns Tschechanik Necesian, die für die tschechische Hilfsorganisation Tchlovek Ftisni, also People in Need, Mensch in Not, arbeitet und dort schon seit Monaten diejenigen Menschen betreut hat, die ausgesperrt waren aus Karabach, weil Aserbaidschan die einzige Verbindungsstraße nach Karabach geschlossen hatte und sie nicht mehr zurück konnten, nachdem sie wegen medizinischen Aufenthalten oder zum Einkaufen in Armenien gewesen waren. nicht mehr in ihre Heimat zurück konnten. Also diese Geflüchtenden, Vertriebenen werden dort betreut von der Hilfsorganisation und das hat Tschechanik Necesian dort schon gemacht. Und Gordes ist heute der Ort, an dem alle diese Zehntausenden von Vertriebenen, die aus Karabach kommen und nach Armenien fliehen, durch müssen. Das ist kurz hinter der Grenze und von der Situation dort wird uns Tschechanik gleich berichten. Eine große historische Einordnung wird uns dann ausführlicher, als ich das eben getan habe, Tom de Waal geben, der seit 30 Jahren der beste und wichtigste Experte sowohl als Politikwissenschaftler, als Journalist, aber auch in den ganzen Fragen der diplomatischen Verhandlungen für Berg Karabach ist und sein Leben der Beendigung dieses wechselseitigen Mordens gewidmet hat und heute mit uns Zeuge dieser Situation ist, dass all seine Bemühungen umsonst oder nicht gefruchtet haben. Umsonst ist das falsche Wort. Dann kommt Nadek zu Kisjan, der nochmal aus Armenien ebenfalls kommentiert, was Tom de Waal gesagt hat und einen politischen Einblick gibt über die Situation in Armenien selbst, die geopolitischen Fragen, die Rolle Russlands und der Türkei nochmal beleuchtet. Und zum Schluss wollen wir, bevor Sie und ihr alle fragen könnt, dann mit unserem Zuständigen für die zivilgesellschaftlichen Beziehungen zum Südkaukussus, Robin Wagner im Auswärtigen Amt, als dieser Sonderbeauftragte tätig, die Frage diskutieren, was kann und muss und wie kann ein weiteres Ausgreifen, nicht das Konflikt, sondern ein Ausgreifen Aserbaidschans auf Armenien jetzt durch die Internationalgemeinschaft und insbesondere durch die Europäische Union sofort verhindert werden. Ich glaube, wir geben an Shushanik weiter, damit wir uns einfach mal in die Situation in Goris und alles, was sie weiß über die Situation in Stepanakert oder zwischen Stepanakert, der Hauptstadt von Bergkarabach und Goris, also auf dieser Straße, am heutigen 27. September berichten kann. Shushanik. Hallo, ich bin sehr dankbar, diese Gelegenheit zu haben, darüber zu sprechen, was hier in Goris vonstatten geht. Ich bedanke mich für die Organisation dieser Veranstaltung und für die Sensibilisierung der internationalen Gemeinschaft. Vor 30 Jahren wurde unsere NGO gegründet und einer der Gründe war der Krieg im Jahre 20, oder 1992, um den Menschen zu helfen, die Opfer des Krieges sind. Wir würden uns sehr freuen, das jetzt hier in Armenien nicht machen zu müssen und nur in anderen Ländern aktiv zu sein. Aber seit 2020 ist es leider so, dass unsere Organisation ihr alles tut, um bedürftigen Menschen zu helfen. Seit 2020 helfen wir, auch indem wir das Bewusstsein steigern. Der Korridor ist jetzt nur in eine Richtung geöffnet und deswegen sind wir hier in Goris. Das ist unser zweites Büro, eben um Menschen zu helfen, wie auch immer wir können. Denn wir befinden uns hier in einem Notzustand. Die Menschen kommen an, ohne Essen, ohne Kleidung. Und es dauert über 24 Stunden überhaupt, um hierher zu kommen. Ich werde richtig emotional. Nur ein paar Meter von mir entfernt stehen hier Menschen rund um die Uhr. Und was geschieht hier wirklich? Nun, sie kommen an und die armenische Regierung registriert sie, um sie in andere Regionen zu verteilen. Und hier wird ihnen geholfen, mit Lebensmitteln, mit Kleidungen, mit Hilfe, um den Ort zu finden, wo sie sich registrieren müssen. Und ihren Geschichten zuzuhören, erfüllt eine mit Trauer. Und viele möchten ihre Geschichte auch gar nicht erzählen. Diese Menschen sind gebrochen, haben ihre Heimat verlassen und kommen hier ohne nichts an. Und People in Need unternimmt alle Anstrengungen, versucht so viele Mittel aufzutreiben, um ihnen zu helfen und auch um langfristige Lösungen für sie zu finden. People in Need hat auch das SOS Arminia Appeal ins Leben gerufen. Hier bemühen wir uns also in ganz Europa um Spenden, eben um auch das Geld zu haben, um die Lösungen anzubieten. Wir stehen hier also wirklich in GORIS. Das ist der erste Kontrollpunkt, wo wir sie treffen. Und wir helfen ihnen wirklich dabei, sich zu registrieren. Und wir versuchen auch herauszufinden, wie wir ihnen helfen können. Wir arbeiten mit den Lokalbehörden zusammen, um so schnell wie möglich Antworten bieten zu können. Es tut mir leid, dass ich jetzt emotional werde. Aber wenn es noch weitere Sachen gibt, die Sie hier an der Lage in GORIS interessiert, dann gehe ich sehr gerne darauf ein. Ich bin mir sicher, dass es noch weitere Fragen geben wird. Jetzt machen wir weiter mit Thomas. Bitte gib uns einen allgemeinen Überblick der aktuellen Sachlage und was getan werden muss. Vielen Dank, Volker. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich beginne mit etwas Hintergrund. Wir müssen schnell sein. Was wir hier feststellen, ist eine Tragödie in Bergkarabach mit Tausenden von Menschen, die flüchten. Es ist noch unklar, wie viele es sein werden. Aber es ist wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung nach Armenien flüchten wird. Wir sehen hier das Ende eines Konflikts durch Gewalt. Und es hat so viele diplomatische Bemühungen gegeben, dem ein friedlichen Ende zu setzen, aber es kam nicht dazu. Es wird sicherlich viele Gespräche darüber gehen, wer schuldig ist. Und natürlich sind viele Akteure schuldig. Aber die brutale Realität ist, dass die Gewalt gewonnen hat. Und Aserbaidschan hat den Krieg gestartet und die Diplomatie ist gescheitert. Bis 2020 war die armenische Seite in einer dominanten Lage und hat da vieles falsch eingeschätzt, weil damals es darum ging, Kompromisse zu schließen. 2020 ist Aserbaidschan wieder in den Krieg gezogen, hat die verlorenen Gebiete zurückerobert, auch Teile von Karabach. Und seitdem ist Karabach im Grunde isoliert mit nur einer Straße, die das Gebiet mit Armenien verbindet. Und nur russische Soldaten und Friedensstifter sorgten dafür, die Stabilität damals. Erst dann Aserbaidschan beschlossen hat, den Lacheng-Korridor zu schließen und Kontrollen im April einzuführen, sind die Russen im Grunde dagestanden, ohne etwas zu tun. Und wir hatten diese Belagerung von Karabach, obwohl der internationale Gerichtshof Aserbaidschan aufgefordert hat, die Straße zu öffnen. Das heißt, das ganze Jahr hatten wir diese Verhandlungen und es war praktisch wie ein Wettbewerb zwischen Verhandlungen und Gewalt. Und zwischendurch war man immer wieder etwas optimistischer oder pessimistischer, aber dieses Damaskusschwert hing die ganze Zeit über der Region. Dann, über den Sommer, haben sich die Verhandlungen intensiviert, intensiviert, aber auch die Bedrohung durch Gewalt. Und es kam von US- und Europäischen Unionsseite sehr viel an Verhandlungen mit Aserbaidschan. Aserbaidschan wurde von beiden Seiten aufgefordert, das hier nicht mit Gewalt durchzusetzen. Russland hat sein eigenes Spiel gespielt und Verhandlungen fanden auch vor Ort statt, denke ich, geheim. Wir werden darüber es wahrscheinlich später herausfinden. Und in diesem geheimen Treffen wurde wahrscheinlich einfach zugestimmt, dass Karabach gesagt hat, ab dem 12. September werden wir Aserbaidschan zurückkehren und wir geben allen Forderungen nach. Und am 19. September, da, denke ich, war Russland der entscheidende Faktor. Als dann plötzlich diese Militäroperation begann, ist auf russischer Seite einiges geschehen. Die russischen Friedenstruppen haben gar nichts gemacht, sind einfach untätig geblieben. Russland hat diese Militäroperation auch nicht verurteilt. Und es gab eine koordinierte Kampagne, auch in den russischen Medien stand darüber etwas, dass dann eben der armenische Premierminister Nikol Pashinyan verurteilt wurde für die Vorgänge. Das heißt, Russland ist jetzt einfach von Armenien nach Aserbaidschan gewechselt. Es ist Aserbaidschan ein neuer strategischer Partner. Man ist ein Deal eingegangen von russischer Seite mit Baku und der Westen ist beiseite gelassen worden, um dann eben Karabach überzunehmen. Es gibt wahrscheinlich noch eine armenische Präsenz in Stepanakert und wird wahrscheinlich auch so bleiben, sodass die russischen Friedenstruppen einen Grund haben, vor Ort zu bleiben. Der Rest von Karabach wird kommen. Da werden alle Armenierer komplett vertrieben. Wir sehen ja die Tausende von Menschen, die jetzt nach Armenien fliehen. Und Russland Absicht ist es wohl, dass in Armenien dadurch dann ein Regierungswechsel angestoßen wird. Es ist ja auch das Thema der Sankazos-Unit angesprochen worden. Das ist vielleicht etwas für später. Aber jetzt geht es erst einmal darum, dass Russland in Armenien einen Regierungswechsel möchte, um eine pro-russische Regierung zu installieren. Und sehr viele Armenier sind sehr, sehr wütend auf Pashinian wegen der vielen Fehler, die er begangen hat. Und da der russische Druck jetzt aber so offensichtlich ist, kann es sein, dass er gerade dadurch überlebt. Denn so wütend man auch auf Pashinian ist, auf Russland ist man noch wütender in der armenischen Bevölkerung. Aber da kommt sehr viel Instabilität auf Armenien zu. Und die Türkei mit Aserbaidschan zusammen hatten eben die Wahl, Pashinian entweder zu helfen und weiterhin zu verhandeln und Armenien zu stärken und Armenien zu befreien vom russischen Einfluss. Oder sie konnten sich entscheiden, sich auf russische Seite zu schlagen und Armenien zu schwächen und zu destabilisieren. Und diese Regionen einfach sich eins verleiben im Südkaukasus. Und sie haben sich wohl leider für Option 2 entschieden. Zumindest zurzeit sieht es danach aus. Und dabei belasse ich es jetzt. Dankeschön, Tom. Wir kommen sicherlich noch auf den Punkt, wer jetzt schuld ist, zurück. Am 22. Februar in der EU und in Deutschland hat man ja gesagt und hat da alles Mögliche gelernt, dass man besser Handlungen führen wird, damit es nicht wieder zu Gewalt kommt. Und jetzt ist es doch wieder dazu gekommen. Darüber sprechen wir später. Aber Russland versucht also, einen Regierungswechsel anzustoßen. Und die Situation in Armenien selbst haben Sie angesprochen. Das ist sicherlich etwas, was wir auch von Narek hören möchten. Wie sieht es aus in Jerewa, in der Hauptstadt von Armenien, und wie sehen Sie diesen Konflikt? Vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke auch an die anderen Redner für Ihre Bemerkungen. Insbesondere möchte ich mich bei Shoshanik und People in Need, Ihre Organisation, bedanken für die sehr wichtige Arbeit, die sie leisten. Ich habe das persönlich gesehen. Und diese Organisation verdient wirklich unser Lob und muss auch unterstützt werden. Ich glaube, da gibt es auch einen Link im Chat oder in der Einladung zu diesem Webinar. Und ich darf alle dazu auffordern, die Organisation zu unterstützen. Etwas zur humanitären Lage. Heute Morgen, im Zug hatten wir schon 40.000, also 40.000 Arminia und Oskar, was sind schon angekommen. Das sind Vertriebene, die aus ihrem Zuhause vertrieben worden sind, ihren Häusern und ihrem Land. Die sind also über die Grenze gekommen, aus dem Ergebnis der unprovozierten Invasion von Aserbaidschan in Bergkarabach. Wir haben auch momentan die amtliche Zahl 200 Todesfälle, aber meine inoffiziellen Meldungen aus Karabach sind mehrmals höher als das. Und es ist sehr, sehr schwierig, aber an echte Informationen zu kommen. In Aserbaidschan hat ja diese Militäroperation begonnen mit Angriffen auf Telefon, Kabel, Internet etc. und Kommunikationseinrichtungen und haben alles abgeschnitten, auch die Verbindung nach Armenien. Also selbst die entlegenen Gebiete in Karabach sind von Stepanakad jetzt abgeschnitten. Das heißt, man kann auch untereinander innerhalb der Region nicht miteinander kommunizieren. Wir wissen nicht, wie viele Todesfälle es momentan gibt. Wir wissen, dass sie die toten Soldaten inzwischen in Schulen lagern, weil die anderen Unterbringungen für Leichen schon voll sind. Zusätzlich haben wir auch zivile Todesfälle, einschließlich Frauen und Kindern, zusätzlich zu den militärischen Todesfällen. Und wir wissen überhaupt noch nicht, wie viele davon betroffen sind. Also das zur humanitären Lage. Und das natürlich zehn Monate nach Belagerung und Aushungerung dieser Bevölkerungsgruppe. Sie können sich vorstellen, es gibt kaum noch Benzin. Das heißt, man konnte nicht einmal an die Front reisen, um die Verwundeten einzusammeln mit Fahrzeugen und konnte diese dadurch auch nicht helfen. Und jetzt zur Geopolitik. Herr de Waller hat es ganz richtig gesagt, dass Kompromisse und Diplomatie jetzt seit 30 Jahren immer wieder gescheitert sind. Aber einen Punkt möchte ich noch einmal betonen, der häufig übersehen wird und häufig auch von Aserbaidschan als Argument angeführt wird, nämlich dass Armenien einem Friedensangut nicht zugestimmt hat und den Verhandlungen. Deswegen musste das militärisch gelöst werden. Aber zunächst einmal hat Aserbaidschan sich selbst verpflichtet, nicht zu Gewalt zu greifen und auch nicht zu Drohungen. Das ist ein eindeutiger Verstoß. Aber es gab immer wieder Gelegenheiten in diesem 30-jährigen Verfahren, die Mittler, also Russland, USA und Frankreich, Friedenspläne vorgelegt haben. Armenien hat zugestimmt und Aserbaidschan hat abgelehnt. Wir haben mindestens zwei solche Pläne, die öffentlich sind. Einmal in Key West von den USA vermittelt und einmal in Gaza vermittelt von Russland gab es solche Friedensangebote, die Aserbaidschan abgelehnt hat. Und Armenien hat offentlich erklärt, dass sie hier zugestimmt haben, aber Aserbaidschan wollte nicht. Das ist aber etwas, was Aserbaidschan eben leugnet, um die Gewalt zu legitimieren und zu rechtfertigen. Sie konnten ihre maximalen Forderungen eben nicht durchsetzen und waren überhaupt nicht kompromissbereit. Und deswegen jetzt dieses Ergebnis. Jetzt dazu, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Ich meine, das Ganze war sehr klar vorhersehbar. Ja, Experten in Armenien und auch anderswo, egal wo weltweit, haben schon seit Langem die Alarmglocken geläutet, dass es dazu kommen wird, aber das hat niemand ernst genommen, aus einer Reihe von Gründen. Eines möchte ich noch einmal betonen, das war einer der Gründe für diesen Angriff von Aserbaidschan, war, dass Baku nicht abgeschreckt wurde in Aserbaidschan. Aserbaidschan hat ja eigentlich nicht hinterm Berg gehalten mit seinen Absichten. Und ein paar Tage vor dem Angriff war der Undersecretary der USA, Jukim, hier im USA, hat in den Außenpolitischen Ausschuss unterrichtet, über die sie lagen in Karabach und gesagt, ich zitiere, wir werden einen Militärangriff gegen Karabach nicht tolerieren, aber wir haben dann gesehen, dass Karabach angegriffen worden ist von Aserbaidschan und es gab keine Konsequenzen, keinerlei Zeichen, dass die USA es ernst meinten, dass sie dies nicht tolerieren würden und das Gleiche gilt auch für die EU, die europäischen Hauptstädte. Es gab keinerlei Anstrengungen, dies zu vermeiden, obwohl es vermeidbar gewesen wäre. Es gab überhaupt keinen Druck auf Aserbaidschan immer noch nicht. Es gibt nur Anrufe vor öffentliche Verurteilungen, man äußert seine Besorgnis. Man hat also nicht versucht, das autoritäre Regime in Baku irgendwie zurückzuhalten von Seiten des Westen. Und die Wirtschaft im Westen, also die Wirtschaft in Aserbaidschan hängt ab von den Ausfuhren von Wasserstoff, CO2. Und das ist nur wenig, aber es ist dann tatsächlich so, dass der Westen diese Einfuhren nicht stoppen will. Es wird jetzt bald auch statt sieben zehn Länder geben im Westen, die Öl und Gas aus Aserbaidschan einführen. Und das heißt, die wirtschaftlichen Bande wachsen zwischen dem Westen und Aserbaidschan, statt dass man hier Konsequenzen zieht. Und vor dem Hintergrund dieser Katastrophe, dieser Tragödie der Flüchtlinge aus Karabach, gibt es eben auch diese Entscheidung der Müdigkeit. Also zumindest in dieser Region ist der Konflikt ja vorbei, denkt man. Dann kann man das jetzt vergessen. Aber das ist nicht der Fall, denn Aserbaidschan macht weiter, hat mindestens drei Forderungen an Armenien und hat die Völle Unterstützung der Türkei. Einmal für den Sandgesorg-Korridor. Max, die Karte bitte. Können wir einmal die Karte zeigen vielleicht? Also Aserbaidschan fordert einen Landkorridor nach Nakhchivan und möchte, dass dies ein souveräner Korridor wird. Das heißt einfach eine Linie durch den weißen Teil Armeniens. Also man hat ja hier Aserbaidschan rechts und möchten durch Armenien einen Korridor nicht unter armenischer Kontrolle. Nach den 2020er-Kriegen ist ja vorgesehen, dass hier russische Truppen stehen sollten, Friedens-Prisis-Geming-Truppen. Und Armenien hat drei Checkpoints zwischen Aserbaidschan und Nakhchivan. Also Nakhchivan, das ist ganz normal, wenn man von eigenem Land in ein anderes Land reist, diese Korridor zu benutzen. Aber jetzt wollen sie eben ihren eigenen Korridor und wenn Sie sich vorstellen, wo die USA und Kanada und die Alaska stehen, stellen Sie sich mal vor, dass die USA von Kanada verlangen würden, dass sie eine Straße bauen durch sich selbst, die sie dann den USA schenken, damit die USA nach Alaska ihre eigene Straße haben. Also es ist eine absurde Forderung, wirklich. Aber sie haben es schon mehrfach in vergangenen Jahren versucht, das militärisch durchzusetzen, diese Forderung. Und seit 2020 hat Aserbaidschan schon mindestens dreienmal groß angelegte Angriffe gegen Armenien, Armenien selbst gestartet, nicht Karabach und über 400 Quadratkilometer armenisches Land besetzt. Und die meisten davon waren strategische Punkte, die sie besetzen. Und sie haben noch nicht die Absicht, sich hier raus zurückzuziehen, obwohl das von der EU und den USA verurteilt wurden. Aber diese Verurteilungen bringen einfach gar nichts. Und jetzt die nächste Bedrohung wird dann eben in den Süden Armeniens gehen, dass man diesen Korridor durchsetzen möchte. Und Russland hat da eigene Interessen, denn sie bekommen dann die Chance, ihre Sicherheitstruppen da zu stationieren und bekommen dann immer mehr Einfluss in die Region. Und dann haben wir so viele Territorialforderungen was Enklaven angeht, also Inseln, die Sowjetunion gehörten und Aserbaidschan. Ich will das gar nicht detailliert alles auseinandersetzen, aber es geht einfach praktisch darum, dass das eben ein überhaupt nicht konstruktiver Weg ist, Armenien wird ja immer weiter unterdrückt und möchte einfach eine Verbindung nach Georgien schaffen, etc. Und meine letzte Bemerkung, die letzte Forderung, die Aserbaidschan immer wieder stellt, sie haben nämlich vor kurzem eine Organisation eingerichtet, die Community of Western Aserbaidschan, die Gemeinschaft westlichen Aserbaidschanes und sie sagen, sie vertreten die aserbaidschanische Bevölkerung, die in der Armenien gelebt hat, zu Zeiten der Sowjetunion und wollen, dass diese zurückkehren kann. Aber das ist keine humanitäre Rückführung von Flüchtlingen, darum geht es nicht, sondern sie wollen hier territoriale Forderungen durchsetzen gegen Armenien. Wenn Sie den Fernseher einschalten in Baku, der Hauptstadt, dann sehen Sie das Wetter nach den Nachrichten und dann sehen Sie das Wetter aus Westaserbaidschan mit der Karte Armeniens und mit Aserbaidschan Namen für armenische Städte. Ich zitiere den Staatschef Aserbaidschans, dass es ein politisches Ziel ist, diese armenischen Gebiete unter aserbaidschanische Kontrolle zu bekommen, dass Armenien historisch Aserbaidschan sei und dass man alles unternehmen würde, um sich wieder anzueignen. Ich meine, es ist einfach nicht akzeptabel, die Situation so zu belassen. Die internationale Gemeinschaft hat hier die Pflicht, ist in der Pflicht, maximalen diplomatischen und auch wirtschaftlichen Druck auszuüben in der Form von Sanktionen gegen Aserbaidschan, um das zu vermeiden, was jetzt ansteht. Denn sonst ist das in voller Sicht der internationalen Gemeinschaft, dass eine ganze Region entvölkert wurde. Ich kann das nur bestätigen. In Baku sehen wir eine Kampagne, wo die Bevölkerung auf das Gleiche vorbereitet wird. Es ist dieselbe Situation, wie zwischen Russland und Ukraine gesagt wird, das ist unser Land. Mental wird die Bevölkerung also auf einen Angriff vorbereitet. Rechtfertigt wird das mit historischen Gründen. Deutsche über Robin, der Tom de Waal hat in einer Analyse gestern geschrieben, dass die europäische Politik komplett versagt hat, was mit einer Versäulung auch zu tun hat. eine Säule, nämlich der europäische Außendienst, hat tatsächlich versucht, Diplomatie durchzusetzen und die Europäische Kommission hat gleichzeitig mit dem Partner Aserbaidschan die Ölverhandlungen vorangetrieben. Ändert sich das? Welche Verantwortung trägt die Kommission und die Kommissionspräsidentin von der Leyen und welche Möglichkeiten haben Berlin, der Beauftragte im Auswärtigen Amt für die Region, Frankreich und was könnte die Rolle der Vereinten Nationen sein? Ja, ich denke, in der umfassenden Analyse werden wir uns noch damit beschäftigen können und auch beschäftigen müssen, was hätte getan werden können, was versäumt wurde, wo man hätte anders reagieren können. Deutschland hat in seinem bisherigen Handeln in den vergangenen Monaten sehr stark auf Diplomatie gesetzt, auch mit Blick auf die laufenden Friedensverhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Was man feststellen muss, ist, dass die Regierung von Aserbaidschan alle Zusagen gebrochen hat, die in dem Kontext auch ums Gegenüber gemacht wurden. Das, denke ich, wird man alles noch betrachten können. Was ich jetzt im Moment in der Situation erstmal für akut wichtiger halte, ist zu schauen, welche Hilfe gerade jetzt akut wichtig ist. Und damit will ich mich auch nicht rausreden aus der Diskussion, die wird erfolgen müssen irgendwann, aber jetzt gerade haben wir eine akute Situation, auf die wir reagieren müssen. Wir haben eine dramatische Lage, das ist eben schon geschildert worden, Menschen, die nicht aktuell auf der Flucht nur vor einer Bedrohung sind, sondern vor einem unmittelbaren Verlust von Heimat, von jeder Form von Hoffnung, die sie hatten, ersetzt durch Angst und Bedrohung, wissend auch für die Menschen in Bergkarabach um die Stimmung, die in Aserbaidschan auch, das ist eben gerade angesprochen, mediale Verlautbarungen, die da sind, die da vorherrscht, eine ausgeprägte Angst und die Flucht, die jetzt gerade stattfindet. Nach armenischen Angaben und anderen Zahlen habe ich auch gerade nicht. Stand heute 50.000 Menschen, die aus Bergkarabach schon geflohen sind, eine Belastung bis an die Grenzen des Ankunftszentrums, getrennte Familien, traumatisierte Kinder, also eine wirklich dramatische Situation. Das ist etwas, was nicht plötzlich eingetreten ist, das ist gerade schon geschildert worden, nach dem Waffenstillstand im November 21, Schusswechsel, wieder ab Mai 22, eine aserbaidschanische Blockade und das kann man sehr deutlich zuschreiben, Aserbaidschan hat den Lachim-Korridor, der mit dem Waffenstillstand, wo die Verpflichtung bestand, die ihn offen zu halten, blockiert seit dem letzten Dezember, damit eine humanitäre Notlage, eine humanitäre Katastrophe in Bergkarabach verursacht, Truppen, die seit Ende August zusammengezogen wurden und dann am 19. 20. 9. die Militäroffensive, wir haben alle die Bilder vor Augen und wissen die Situation, die da ist. Wie gesagt, der Zeitpunkt wird kommen, in dem man sich damit beschäftigt, was man hätte anders machen können, unsere Hoffnung, die Hoffnung der deutschen Bundesregierung war, auf Diplomatie in diesem Kontext zu setzen, die Zusagen wurden gebrochen. Jetzt wichtig, wie reagieren wir jetzt? Ganz klar ist, Aserbaidschan hat die Verantwortung für die Rechte und die Sicherheit der verbleibenden Menschen in Bergkarabach und auf diese, deren Rechte und Sicherheit ist zu drängen. Dafür ist Transparenz in Bergkarabach wichtig. Eine Möglichkeit und ein wichtiger Schritt könnte dafür sein, internationale Beobachter zuzulassen. Das ist eine Forderung an Aserbaidschan, diese Beobachter zuzulassen. Es gibt wohl die Aussage gegenüber dem amerikanischen Außenminister aus der Regierung in Baku, die VN-Beobachter aus Baku zuzulassen. Das wäre jedenfalls ein Schritt, aber ich denke, insgesamt ist der Blick einfach wichtig, Transparenz herzustellen. Aber wenn man bei der Frage internationaler Beobachter ist, auch da kann man sie nicht aus der Pflicht entlassen. Es gibt auch weiterhin russische Truppen vor Ort, auch die müssen ihrer Rolle nachkommen. Sie sind bemerkenswert passiv tatsächlich. Da ist eben auch schon einiges zugesagt, was mögliche Interessen dahinter sein können, aber die Verpflichtung bleibt bestehen. Dann ist die humanitäre Hilfe immerhin wichtig für die in Bergkarabach Verbliebenen, aber gerade auch für die vielen, vielen Menschen, ich habe gerade davon gesprochen, die auch der Flucht sind und wir müssen die Situation sehen, die sind ja nicht aus einer guten Lage in die Fluchtsituation gekommen, sondern aus einer Lage der Aushungerung, der medizinischen Mangelversorgung über die letzten Monate hinweg jetzt in der Fluchtsituation. Die Bundesregierung hat die Mittel für das internationale Komitee vom Roten Kreuz, das eben die Zugangsmöglichkeiten hat, aufgestockt. Wir sind da jetzt bei Mitteln in Höhe von 5 Millionen durch die Bundesregierung, auch die Europäische Union hilft im Bereich der humanitären Hilfen und ich denke, das ist wichtig, dass das sehr akut und auf jeden Fall passiert, darum, wie gesagt, die Entscheidung auch da aufzustocken. Wichtig ist, das wurde auch schon gesagt, es besteht ja weiterhin die Gefahr, dass nicht eine Eskalation am Ende ist, auf jedem Kanal, der möglich ist, Aserbaidschan deutlich zu machen, dass das bisherige Verfahren inakzeptabel war, dass es inakzeptabel war, mit militärischer Gewalt Fakten in einem laufenden Friedensverhandlungsprozess zu schaffen. Und dass es vollkommen inakzeptabel wäre, eine weitere Eskalation zu sehen, dass alles, was jetzt noch zu klären ist, über Friedensverhandlungen zu klären ist und da auch mögliche weitere gemeinsame europäische Reaktionen zu prüfen. Und das ist etwas, was europäisch passieren muss. Das wird laufend geprüft, inklusive der Frage von Sanktionen. Das ist Teil des europäischen Prozesses und das ist wichtig, auch den Blick darauf zu haben, dass es eben auch nicht folgendlos ist, solche Eskalationen zu machen. Das ist Teil der Prüfung, die gerade stattfinden muss und es muss, wie gesagt, auf jedem Kanal deutlich gemacht werden, weitere Eskalation kann nicht hingenommen werden. Die Friedensverhandlungen sind ein wichtiger Schritt, der weitergeführt werden muss, auch mit der Frage der Rechte der Menschen, die weiterhin in Bergkarabach sind, aber auch aller weiteren Fragen, die noch offen sind, gerade eben sind auch welche angesprochen worden, wie beispielsweise die Verbindung nach Nachizche war, das muss im Friedensverhandlungsprozess geklärt werden. Und da setzen wir auf die Verhandlungen, die die Charles betreibt, die bislang auch schon zu mehreren Gesprächen geführt haben und wo durchaus Fortschritte zu hoffen sind und wo beide Seiten auch erklärt haben, weiter an diesem Verhandlungsprozess teilhaben wollen. Das ist natürlich in enger Abstimmung auch mit den amerikanischen Verhandlungsprozessen, die stattfinden. Aber das ist ein wichtiger Schritt, den wir weiter brauchen. Und dann, da kommen wir zum letzten Punkt, auch da sind Sorgen angesprochen worden, die ich teile. es muss sehr deutlich sein, dass kein Land der Welt das Recht hat, die derzeitige Lage zu nutzen, um Destabilisierung der demokratischen Regierung in Armenien anzugehen. Da macht es mir Sorgen, die, ich habe das gerade schon gesagt, die deutlich sichtbare Passivität russischer Friedensgruppen, aber auch die Statements, die aus dem russischen Außenministerium kommen zur Situation. Und es ist wichtig, dass wir zur Stabilität der armenischen Regierung, der armenischen Gesellschaft jetzt gerade in dieser Situation beitragen. Und da ist es einfach wichtig, dass für ein Land, was sich auch entschieden hat, intensiver mit uns zusammenarbeiten zu wollen, intensiver mit dem Westen zusammenarbeiten zu wollen, dass da sichtbar ist, dass eine solche Entscheidung eben von uns auch beantwortet wird und dass das im Land spürbar wird. Wir haben bereits heute aus deutscher Sicht, seit dem letzten Jahr die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit, die mit 18 Millionen Euro im letzten Jahr aufgestockt wurde, mit zusätzlichen Mitteln. Das sind zum Beispiel, und das ist was, wo wir eben intensiv prüfen müssen, wie wir das weiter vorantreiben können jetzt und das passiert jetzt gerade. Also was passiert ist zum Beispiel schon Darlehen für kleine und mittlere Unternehmen, Förderung, erneuerbare Energien, Berufsbildung, Rechtsberatung im Bereich von Gesetzgebung, Verwaltungsreform im Land. Das klingt alles nach Schritten, die vielleicht jetzt nicht in eine unmittelbare Krisensituation passen. Das klingt auch alles nach kleinen Schritten, aber ich bin überzeugt davon, und das sind auch die Rückmeldungen, die ich bekomme, auch aus Armenien. Das sind immanent wichtige Schritte, solche Dinge weiter auszubauen, die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern auszubauen, die Unterstützung, die wirtschaftliche Unterstützung für Armenien. Und da zu deutlichen Erfolgen zu kommen, sind wichtige Schritte, um die Situation im Land, bei allen Diskussionen und Prozessen, die im Land stattfinden, zu stabilisieren. Und ich glaube, da müssen wir auch einen großen Fokus drauf setzen. Und zur Frage des Vertrauens auch im Land, auch die Sicherheit im Land, die zivile EU-Mission, die wir ja derzeit an der Grenze von Armenien und Aserbaidschan haben, trägt einen wichtigen Teil dazu bei, Vertrauen zu bilden. Und ich glaube, es ist wichtig, diese EU-Mission auch weiter im Blick zu behalten, vielleicht auch zu stärken, aber jedenfalls da einen Fokus drauf zu legen. Also mehrere Schritte, glaube ich, die jetzt einfach akut wichtig sind. Und ich bin total gerne bereit, in der Zukunft Diskussionen darüber zu führen, was wir hätten anders machen können. Aber jetzt gerade, glaube ich, ist erstmal die Situation zu schauen in der Zukunft. Was müssen wir jetzt tun? Wie müssen wir jetzt reagieren? Und was sind die Schritte, die jetzt unmittelbar erfolgen müssen? Also ich darf, Max, wir haben, glaube ich, noch die Zeit und ich darf, glaube ich, meine Rolle als Moderator ein kleines bisschen überschreiten. Ich glaube, das ist der absolut falsche Diskurs. Ich habe den Eindruck, die Frage, was falsch gemacht werden muss, muss dazu führen, dass man sagt, was tun wir akut jetzt? Und die humanitäre Hilfe ist eine wichtige Schiene, aber wir haben nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gelernt, dass die Aufnahme der ukrainischen Menschen in Deutschland die eine Seite ist, dass aber die Unterstützung, die massive Unterstützung der Ukraine die andere Seite ist. Und auf dieser Seite glaube ich, dass die Nichtaufarbeitung einfach nur zur Fortsetzung führt und dann sind es, wir führen Friedensgespräche, wir reden darüber, wir machen Entwicklungshilfe, aber das Ergebnis ist doch, dass die eigentliche Aussage ist, wir sind nicht bereit, irgendein Mittel, das auch wirklich glaubwürdig ist, der Gewalt entgegenzusetzen. Wir machen genau die gleiche Politik weiter, wir wollen verhandeln, aber wenn Aserbaidschan dann die Chance nutzt und militärisch sich durchsetzt, dann sagen wir hinterher wieder, das arbeiten wir in ein paar Jahren auf. Es ist mir leid, dass ich als Moderator mal so hart gesprochen habe, vielleicht kann man es in eine Frage ummünzen und vielleicht kann auch Tom de Waal nochmal was dazu sagen, bevor wir die Fragen dann ans Publikum geben und Max auch nochmal die Regie übernimmt, wie wir das weiter gestalten. Ich kann das schon ergänzen, erstmal vielen Dank allen. Ich kann das schon ergänzen mit den Fragen, die wir hier vom Publikum haben, weil die Fragen auch, zum Beispiel die topgebotesten Fragen ist einmal von Andreas Müller, der fragt, der Schulterschluss zwischen Russland und Aserbaidschan ist mehr als deutlich, warum denkt der Westen nicht über Sanktionen nach, anstatt weiter russisches Gas über Baku zu beziehen? Die topgeboteste Frage ist von Marina, die fragt, die wirtschaftliche Realpolitik der EU mit der Petrokratie Aserbaidschan spielt wohl eine wesentliche Rolle für die politische Zurückhaltung. Gibt es belastbare Zahlen, wie viel Prozent fossiler Energie aus Aserbaidschan wirklich relevant für die Energieversorgung sind? Und dann gibt es sehr, sehr viele Fragen, die schon in die Richtung gehen und großes Unverständnis auch im Publikum ist, warum es nicht stärkere Sanktionen gibt. Und ich finde, das ist schon etwas, was mich freuen würde, wenn wir da vielleicht am Anfang einsteigen würden. Vielleicht Tom und dann aber gerne auch Robin nochmal und dann die anderen natürlich auch. Also diese Frage nach, diese Reaktion jetzt, wie beurteilt unser Panel das? Tom, maybe. Wir sind eine Union bestehend aus 27 Mitgliedern. Und das Problem ist, dass es schwer zur Einheit zu finden. Es gibt also einige Probleme. Zunächst einmal die europäische Einheit. Es gibt unterschiedliche Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Ansichten und dann gibt es noch den sogenannten Silo-Effekt in Brüssel. Charles Michel ist der Präsident, der Vorsitzende des Rates und er führt Konfliktdiplomatie. Dann gibt es andere in Brüssel, die sich mit den ganzen Themen auseinandersetzen, die mit Aserbaidschan zu tun haben und dieses eben auch als Transportland nutzen möchten. Hier muss also ein Gespräch stattfinden und ich denke, dass hier die EU-Politik fehlgeschlagen ist. Oslo von der Leyen hat ja im Juli 2022 Baku auch besucht und damals wurde ein Deal abgeschlossen, um das Gas einzuführen und in den öffentlichen Aussagen wurde nichts über Frieden oder über den Konflikt oder über Armenien gesagt. Also, eine verpasste Gelegenheit. Ich denke, dass sich die EU-Politik ändern wird, vis-à-vis Aserbaidschan, weil Aserbaidschan sich jetzt auch Russland politisch gesehen nähert. Auf EU-Ebene glaube ich aber nicht, dass es Sanktionen geben wird. Es könnte individuelle Maßnahmen geben, wenn Graultaten begonnen wurden in Bergkarabach könnte es hier einige Maßnahmen geben, aber auf der Ebene der Mitgliedstaaten wird sich die Einstellung gegenüber Aserbaidschan sicherlich ändern. Ja, jetzt stellen wir fest, dass Armenien eine Demokratie in Schwierigkeiten ist. Aserbaidschan hat diesen Krieg jetzt gestartet und nähert sich Russland und deswegen bin ich der Ansicht, dass viele Mitgliedstaaten jetzt beginnen werden, Armenien zu unterstützen. Ich sitze nicht in Deutschland, ich war aber vor ein paar Wochen in Deutschland und ich glaube, dass in Deutschland diesbezüglich auch ein Wandel zu beobachten ist. Es gibt aber einige Mitgliedstaaten, Ungarn zum Beispiel, die gegenüber Russland sehr viel freundlicher eingestellt sind und auch gegenüber Aserbaidschan freundlicher eingestellt sind und wir haben gehört, dass es in Brüssel eine Erklärung vorbereitet wird, um die Aggression Aserbaidschans zu verurteilen. Hier hat Ungarn aber ein Veto eingelegt. Das sind leider Gottes die Realitäten, mit denen wir es zu tun haben. Eine Sache, die ich sagen kann, ist die folgende. Wenn es schwer werden sollte, mit Aserbaidschan strenger umzugehen, dann glaube ich doch, dass es gleichzeitig sehr viel mehr Unterstützung für Armenien geben wird, in Brüssel und in unterschiedlichsten Mitgliedstaaten. Also auch wenn die Antwort eher schwach ausfallen könnte, so herrscht das Gefühl vor, dass Armenien eine schutzbedürftige Demokratie ist, mit einer westlichen Orientierung der Regierung und deswegen Unterstützung benötigt. Volker, kannst du das gerne moderieren, wenn du magst? Ja, dann geben wir doch noch mal Robin zurück, weil ja doch das Publikum und auch ich doch sehr harte Nachfragen gestellt haben. Und danach dann Narek. So Robin Narek. Also zur Frage der Sanktionen, ich habe das selber auch, ich glaube, am 20.09. auch öffentlich gesagt, dass ich es für wichtig halte, Sanktionen zu prüfen in dem Kontext und ich habe gerade eben auch ausgeführt, vielleicht ist das untergegangen in dem, was ich gesprochen habe, dass im EU-Kreis gerade kontinuierlich geprüft wird, wie die Reaktionen ausfallen können. Wie gesagt, ich habe gesagt, was ich meine, was man in dieser Prüfung unmittelbar mit einbeziehen müsste. Ich kann jetzt aber nicht sagen, was am Ende das Ergebnis dieser EU-Prüfung sein wird. Und da haben wir auch gerade was zugehört, wie die Situation in der Europäischen Union ist. Thomas Terwal hat das gerade ausgeführt, wie die Lage ist. Wie gesagt, ich kann nur sagen, was ich selber dazu auch schon öffentlich gesagt habe. Ich glaube, es ist einfach wichtig, den Blick darauf zu haben und diese Prüfung in der EU konstant zu führen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Energiefragen nicht dazu führen dürfen, dass wir schweigen gegenüber Aserbaidschan. Und ich habe gerade gesagt, wie wichtig ich es finde, sehr deutlich zu sein gegenüber Aserbaidschan und die Prüfung, von der ich nicht gesprochen habe, auch intensiv zu führen. Man kann jetzt sagen, dass die Stabilisierung der demokratischen, demokratisch gewählten und auch deutlich demokratisch orientierten und sich von Russland lösenden und in den Westen orientierenden Regierungen von verschiedenen Jahren, weiß ich nicht, ich habe das gerade nicht richtig verstanden, Volker Weichsler, bei der Ausführung. Ich halte das jedenfalls nicht für trivial, die zu stabilisieren. Meine Auffassung ist, wir müssen massiv da rein investieren, Armenien zu unterstützen. Das dachte ich, hätte ich gerade ausgeführt. Ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Schritt, diese Demokratie zu unterstützen. Das, glaube ich, ist etwas, was wir unmittelbar als Deutschland tun müssen. Ich möchte das nicht gerne als eine triviale Frage in dem Kontext jetzt wegredigen, sondern das ist eine wesentliche Aufgabe. Ich kann sagen, ich persönlich in meiner Rolle sehe das auch als gerade eine vordringliche Aufgabe, der ich mich widme, das zu tun. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Deutschland das machen, diese Regierung zu stabilisieren, weil wir sehen, wie Destabilisierungsdiskurse, die laufen. Wir sehen ausländische Interessen möglicherweise an der Entwicklung, die man da haben kann. Ich halte es für wichtig, dass das Land stabil bleibt, dass es ein Vertrauen in die Regierung weitergibt und dass sichtbar ist, dass eine Entscheidung einer Orientierung in Richtung Europa, in Richtung Westen nicht dazu führt, sozusagen, dass alles zusammenbricht, sondern dass diese Entscheidung auch beantwortet wird von uns mit all diesen Maßnahmen. Ich habe gerade darüber gesprochen, diese Dinge massiv auszuweiten und zu prüfen, was wir tun können in dem Kontext, um das zu machen. Wie gesagt, ich halte das weiterhin für wichtig. Über andere Schritte habe ich auch gerade gesprochen. Würde ich auch nicht wegwischen, bloß wenn man mehrere Punkte anspricht, zu sagen, da ist der eine Punkt nicht dabei. Also ich habe gerade auch über Fragen Sanktionen prüfen, über europäische Reaktionen gesprochen. Ich kann nur leider auch nicht zaubern und sagen, was genau am Ende das Ergebnis der europäischen Beratung in dem Kontext ist. Ich halte es für wichtig, diesen Blick intensiv zu haben. Ich halte es für wichtig, deutlich Aserbaidschan zu signalisieren, dass weitere militärische Eskalation inakzeptabel ist. Und ich halte tatsächlich auch weiter den Friedensprozess für wichtig, ihn zu führen. Ich halte das auch für Armenien für wichtig, dass in einem Friedensprozess Dinge geklärt werden, und der zum Abschluss gebracht wird und es eben nicht über militärische Eskalation weiter tun wird. Darum auch weiterhin dringender Appell, diesen Friedensprozess weiterzuführen. Und ich würde mir manchmal auch wünschen, dass eine Lage einfacher wäre, wir andere Handlungsinstrumente zur Verfügung hätten, um sofort irgendwo einzugreifen. Ich halte das gerade für die vordränglichen Schritte, die ich realistisch auch sehe, die wir jetzt unmittelbar gehen müssen. Also ich bin nur mit der Ratte, aber mein Punkt war gewesen, dass die Schritte, die auf fünfjährige, zehnjährige Zeit angelegt sind, selbstverständlich richtig und wichtig sind. Da gibt es Konsens. Aber wenn es eine akute militärische Bedrohung auch des Landes gibt, dann heißt Stabilisierung eben nicht nur Entwicklungshilfe, Aufbau demokratischer Institutionen für längerfristige Zeit. Aber vielleicht, perhaps we just let it know. Ich spreche übrigens auch nicht nur über fünf- bis zehnjährige Schritte, die wir unternehmen sollten. Kann man so interpretieren, wenn man es will. Aber das ist nicht das, worüber ich spreche. Ich spreche nicht nur über fünf- bis zehnjährige Schritte, sondern ich spreche über Dinge, die jetzt auch so schnell wie möglich sichtbar sind. Habe ich gerade auch ein paar Mal betont. Jetzt so schnell wie möglich. Ich gehe da mal jetzt kurz rein. Ich würde mich, bevor wir jetzt an Narek weitergeben, würde ich dann Schritte noch ein, was auch im Chat einmal vorkam, im Slaube einmal vorkam, wäre es vielleicht dann jetzt die Zeit, wie damals in der Ukraine, dass wirklich auch Scholz und andere Heads of State jetzt nach Armenien fahren, nach Gouris fahren oder Annalena Baerbock oder der hohe Beauftragte nach Armenien fährt und wirklich ganz klar sagt, wir sind auf der Seite, hier in diesem Fall von Armenien, wir unterstützen Armenien. Wäre das ein Signal an Narek, dass das hier ankommen würde und dann vielleicht an Robin, ist das etwas, was du vielleicht auch siehst, dass das ein Zeichen sein könnte, ganz klar zu sagen, wir sind hier unter der Schütze in Armenien, ganz konkret jetzt. Also vielleicht Narek und dann die anderen dazu. Danke schön, ja, sehr gute Frage, Max. Das geht genau in die Richtung, was ich auch sagen wollte und aufbauend auf das, was Volker gerade gesagt hat. Armenien, ja, die Kämpfe in Karabach sind ja nicht eingestellt. Die Flüchtlinge waren auch noch gar nicht abgereist, als Haljev dort war und den Korridor durch Armenien geführt hat. Das heißt, Entwicklungshilfe, Investitionen in nachhaltige Institutionen, demokratische Institutionen sind keine Abschreckungsmaßnahmen, die die Armee von autoritären Regimen abschrecken davon, ein Land anzugreifen. Das funktioniert nicht. Das ist ein Versagen der liberalen Weltordnung. Die Weltordnung ist nämlich nicht liberal. Und jetzt, wenn Regierungschefs nach Armenien kämen und ihre Unterstützung aussprachen, nun, es ist natürlich wichtig, Wege zu finden, wie man Armenien unterstützen kann. Das wurde ja ganz recht gesagt. Aber es war ja vor einem Jahr genau jemand hier, als Aserbaidschan, direkt nachdem Aserbaidschan Armenien angegriffen hat und über 200 Soldaten getötet hat, Armenien, nicht in Karabach. Und sie sagte dann, vor allem im armenischen Parlament, wir sind hier, um zu schauen, wie wir Armenien unterstützen können. Und ein Jahr hat anscheinend nicht ausgereicht, um herauszufinden, wie man Armenien besser unterstützen kann. Man hat vielleicht noch ein bisschen Entwicklungshilfe gefunden, aber Armenien steht vor einer existenziellen Sicherheitskrise, nicht vor einer Entwicklungskrise. Und ich meine, humanitäre Hilfe ist natürlich ganz wichtig und sehr willkommen und sehr geschätzt. Man kommt ja auch fast nur aus europäischen Hauptständen. Die USA haben heute, glaube ich, 11 Millionenversprechen und die EU hat es auf 5 Millionen hochgestockt, Deutschland auf 5, Schweden auf 1,5, auch wenn ich vielleicht die Zahlen jetzt nicht ganz richtig im Kopf habe. Das ist wunderbar, das wird auch gebraucht. Aber ich darf noch an eines erinnern, 2008, als Krieg ausgebrochen ist, in Georgien, hat Georgien 133.000 Flüchtlinge aufgenommen. Und um Georgien zu unterstützen, hat der Westen, insbesondere auch unter Führung von den USA, hat man über eine Milliarde Dollar mobilisiert. Und jetzt hält Armenien 120.000 Flüchtlinge aus Bergkarabach fast genauso viele Flüchtlinge. Und wenn ich jetzt alles zusammenrechne, was wir an Hilfszusagen haben, bekommen wir insgesamt nicht mal 50 Millionen, das heißt nicht mal 5 Prozent von dem, was wir bräuchten. Und warum gibt es keine Sanktionen? Na ja, Gas, dazu brauche ich gar nichts mehr sagen. Wenn sieben Länder davon abhängen, in der Vergangenheit abhängen, dann werden es in der Zukunft zehn sein. Nein, das war nicht nur Ungarn, das der Veto ausgesprochen hat, Bulgarien ganz sicherlich auch dagegen, Italien hatte gegenteilige Bemerkungen. Deswegen ging das nicht durch, was wir die EU machen. Die Michelle oder die Kommission können ja auch eigene Ankündigungen machen. Und heute hat Louis-Michels Büro auch Gespräche moderiert. Und alles, was sie in Aserbaidschan nur zu sagen hatten, war das folgende. Ich zitiere, die EU hat in diesem Kontext ihre Position wiederholt zu der militärischen Operation Aserbaidschans. Kein Krieg mehr. Das ist alles. No more war. Kein Krieg mehr. Das ist nicht mehr eine richtige Verurteilung. Und ich habe auch mit EU-Beamten gesprochen, hochrangigen, und habe versucht, auf diese Verbrechen hinzuweisen, die Aserbaidschan hier begeht. Und was diese Diplomaten angeht, die wussten es besser als ich. Die kannten sich da besser aus. Und da habe ich gefragt, warum wird das dann toleriert? Und ich zitiere die Antwort. Sie sagten, wenn wir das Al-Jew sagen, dann ist die Antwort immer, wer hat den Krieg gewonnen? Aserbaidschan hat den Krieg gewonnen und hat gesehen, dass Militärgewalt Ergebnisse bringt und dass man nicht zur Verantwortung gezogen wird, dass man keinerlei Kosten zu tragen hat, keinerlei Konsequenzen zu tragen hat. Und deswegen macht man genauso weiter. Sie sprechen also lieber mit Aserbaidschan, auch wenn das das Ergebnis ist. Und dann kann man es hinterher vorurteilen, wenn man das dann zu stark verurteilt oder wenn man tatsächlich tätig wird, dann sagt Aserbaidschan, dann handeln wir nicht mehr mit ihnen, denn Aserbaidschan ist unabhängig und braucht da Europa nicht. Und 27 Länder können sich nicht einigen. Man sagt, es gibt dann immer ein Veto. Ja, das stimmt natürlich. Aserbaidschans Regime hat unglaubliche finanzielle Ressourcen, Geldwäsche, das in einer Reihe von europäischen Hauptstädten gewaschen wird. Einzelne Länder können dadurch aus Maßnahmen ergreifen und die finanziellen Vermögenswerte einfrieren. Dafür brauchen sie Ungarn nicht überzeugen. Und darüber hinaus, die USA haben keine 27 Mitgliedstaaten. Sie könnten also eine Entscheidung treffen, alleine die USA. Auch das wird nicht gemacht. Das heißt, dieses Konsensargument funktioniert, was die USA angeht, gar nicht. Ja, das war es schon. Vielen Dank. Will noch jemand jetzt da, würde ich sagen, der Komplex Sanktionen, akute Konsequenzen. Jetzt möchte da jetzt gerne noch jemand was kommentieren. Ja, Robins Hand ist oben. Noch jemand anderes. Gut, dann gerne noch Robin. Und dann würde ich das gerne auch, würde ich gerne die Fragen aus dem Publikum noch ein bisschen mehr eingehen, die noch sicher um andere Bereiche jetzt drehen, außer den akuten Themen. Robin, gerne noch. Genau. Allerdings gar nicht zur Frage der Sanktionen. Das habe ich gerade schon ausgeführt zu dieser Frage. Aber die konkrete Frage an mich ja, die Frage von Präsenz, wie wichtig die ist. Ich glaube, dass ein Baustein sein kann dabei. Also halte ich auch nicht für unwichtiger. Westliche Präsenz in Armenien, glaube ich, ist wichtig als Signal. Und dann bei all den Maßnahmen zur Stabilisierung, über die ich gerade gesprochen habe, glaube ich, ein Punkt, auf den man auch schauen kann dabei. Und das ist eine Frage auch von, als Zeichen für territoriale Integrität Armeniens, ist die Frage der EU-Mission, die ja derzeit auch da ist. Ich glaube, das ist ein Instrument, das man durchaus auch gestärkt in den Blick nehmen kann dabei. Als einer der Bausteine, Stabilisierung der demokratischen Gesellschaft und der demokratischen Regierung Armeniens. Ich hatte das eben schon aufgeführt, aber ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen untergegangen ist. Ich glaube, diese EU-Mission durchaus ist auch ein wichtiger Baustein. Und ich habe das Gefühl, dass sie auch bislang in Armenien wichtig war in der Frage von Vertrauen, Stabilität. Das Frage EU-Mission, Armenien würde ich dann gerne gleich noch an Narek und Shushana geben, gleich, wenn ihr wieder dran seid. Ich würde jetzt aber gerne ein paar Fragen hatten wir jetzt zur Rolle von Georgien. Torben zum Beispiel fragt, und das mache ich in Englisch, Warum scheint die georgische Regierung und die Bevölkerung anscheinend kein Interesse zu zeigen an der humanitären Lage in Bergkarabach, denn Georgien selbst ist doch involviert in territoriale Konflikte mit Russland, zum Beispiel, was Süd-Ossetien angeht. Und a question from Professor Hubertus Jan, who ist ein Professor in the University of Cambridge. He asks, what is the role of Ruben Vardanyan, who was arrested today in the current crisis? How seriously should we take concerns raised yesterday in Abkhazia and South Ossetia about Russia being a reliable protector of their status? So the role of the situation in Georgia to get the wider view here was asked. Maybe Tom, I'd assume. Sure, I mean, it's always a bit disappointing that there's the South Caucasus is a region, but as we know, a rather dysfunctional region. And, you know, the general reaction in Georgien in Georgien war, tatsächlich Gleichgültigkeit gegenüber dieser Lage, obwohl man ja enge Nachbarn sind. Georgien achtet da mehr auf die Ukraine und was da los ist, als auf das, was in Bergkarabach nebenan passiert, auch wenn das eine Verallgemeinerung ist natürlich. Wir haben ja über die Jahre auch gesehen, nach vielen Jahren der Partnerschaft, viele Jahre der Partnerschaft mit der aservidjanischen Regierung, Infrastruktur, Energiezusammenarbeit zwischen Georgien und Aserbaidschan. Da gibt es eben enge Bande und sicherlich sollte man einen Blick darauf haben. Wenn Aserbaidschan sich jetzt klarer an Russland angleicht, dann ist das natürlich schlecht für Georgien, das ohnehin schon Schwierigkeiten hat mit seinen europäischen Ansinnen. und Abkhazien, Südostetien, die werden sich natürlich auch fragen, diese Regionen, da wird man sich auch fragen, welche Sicherheiten bietet uns Russland wirklich? Und Russland spielt hier geopolitische Spiele und wird die Regionen vielleicht aufgeben? Und das wird man sich sicherlich dort fragen. Und dann Ruben Vardanyan, Narek hat dazu vielleicht auch noch etwas zu sagen. Er hat ja eine eher düstere Rolle gespielt. Er ist nach Russland geraten. Er hat sich in Karabach niedergelassen und schien in Kontakt zu sein mit unterschiedlichen Kreisen, russischen Kreisen. Es gab die Spekulation, dass er Herr Karabach benutzt, um politische Ambitionen in Armenien zu verfolgen. Aber jetzt ist er wohl verhaftet worden von dem Aserbaidschan. Das heißt, er ist sicherlich sehr unbeliebt bei der armenischen Regierung und der aserbaidschanischen Regierung. Das heißt, die germanische Regierung wird wohl nicht sehr stark auf seine Freilassung bestehen. Auf diesen Fall möchte ich mich nicht zu sehr konzentrieren, denn ich denke, das ist nicht so dringlich. Wir haben andere dringendere Fragen. Aber was wir hier mitnehmen, diese Person wurde am Checkpoint inhaftiert auf der Flucht von Karabach nach Armenien und wurde dann in Haft genommen. Aserbaidschan hat diese Liste, die sie sich zusammengeschustert haben, Kriegsverbrecher Etcetera. Das sind Hunderte von Menschen, die auf der Liste stehen. Eigentlich alle stehen darauf, die von Aserbaidschan als Terroristen oder Guerilla-Kämpfer betrachtet werden. Das ist eigentlich jeder armenische Mann in Karabach, der sich irgendwann mal verteidigen musste mit einer Waffe. Auch ein Grund, warum wir wirklich eine internationale Präsenz brauchen, denn Aserbaidschan kann ja alle verhaften mit diesen erfundenen Anklagen und sie dann in Gefängnis halten. Wir haben jetzt 36 Kriegsverbrecher seit 2020, obwohl man sich geeinigt hatte, das alles auszuwächsen, alle freizulassen. Armenien hat alle Kriegsgefangenen freizulassen, aber Aserbaidschan hält für 36 immer noch fest und wir wissen jetzt überhaupt nicht, wie viele Kriegsgefangene es jetzt gibt, Kriegsgefangene, Entschuldigung, aber es sind mindestens 2000 Kriegsgefangene, die jetzt neu dazugekommen sind und dann Georgien, was also die Regierung oder die Bevölkerung in Georgien tun kann. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten gesehen, wie Aserbaidschan mehr und mehr Waffen gekauft. Diese Waffen kommen hauptsächlich aus der Türkei und Israel. Dazu gibt es auch Daten, dass ein Unternehmen, das der Familie von Aliyev gehört, Waffen transportiert von der Türkei nach Aserbaidschan und das ist in der zivilen Luftfahrt gemacht und fliegt über den georgischen Luftraum. Das ist gegen das Recht in Georgien, weil der Militärgerät transportiert wird. Das weiß Georgien, aber das wird auch nicht gestoppt. Das ist sicherlich etwas, was in der Debatte auch eine Rolle spielen könnte. Danke, Narek. Ich möchte jetzt gerne noch zwei Fragen aus dem Publikum hineinwerfen und an euch geben, die, denke ich, nicht so viele Likes bekommen haben, aber trotzdem die wichtig sind. Und dann übergebe ich auch gerne nochmal an Volker vielleicht für eine letzte Runde nochmal. Einmal, und das ist, glaube ich, eine Frage, die Shuzhanik beantworten kann, aber auch hier die anderen auf dem Panel und eine, die sehr oft, denke ich, ignoriert wird und ich muss sie jetzt wieder finden. Die Frage ist, wie sind Frauen in all diesen Prozessen beteiligt? Wie wird ihren spezifischen Bedürfnissen und Kompetenzen Rechnung getragen? Wie wird sichergestellt, dass sie nicht auch noch wie so oft durch geschlechtsbezogene Gewalt versehrt werden? Spielen diese Fragen in der Diplomatie eine prioritäre Rolle? Das ist, denke ich, auch was für Robin. Das Auswärtige Amt arbeitet ja mit einer feministischen Außenpolitik und ich glaube, genau diese Frage, dass wir diese hier Frage auch stellen und diskutieren, ist ganz entscheidend, dass wir das Licht darauf werfen. Also das vielleicht Shuzhanik, Robin, zur Frage der Rolle der Frauen in diesen Prozessen. Shuzhanik, magst du anfangen oder soll Robin anfangen? Ich fange vielleicht an und bedanke mich auch beim Kollegen Narek und vielleicht kann er auch noch mehr dazu sagen, denn wir sind ja eine NGO und haben diese Informationen nicht, während er das vielleicht hat. Wir können also da keinen Überblick bieten. Wir verfolgen aber die amtlichen Informationen, die wir bekommen von den Ombudsleuten, aber ja, vielleicht kann Narek mehr dazu sagen als ich. Aber sie arbeiten ja mit Frauen und wird sagen, die Ihnen täglich, dass sie eigentlich besondere Bedürfnisse haben. Ja, wenn es um Bedürfnisse ging, also habe ich vielleicht die Frage falsch verstanden. Ja, also das ist eine sehr schwierige Situation. Alle Frauen und auch die anderen, die hier fliehen, haben jetzt seit zehn Monaten fast fast sehr wenig Zugang zu irgendwelchen grundlegenden Verbrauchsgütern, sanitäre Verbrauchsgütern, psychologische Unterstützung, sie sind Mutter von Soldaten oder Männern, die Teenagern eigentlich und da haben auch jüngere Kinder in Kindergärten und Schulen, die praktisch unter Beschuss sind und jede Mutter ist da natürlich unter sehr viel Druck und niemand weiß, wie man da seine Kinder schützen kann und dann natürlich die Bildungseinschränkungen, die Kinder haben keinen Zugang zu Bildungseinrichtungen mehr, alle sind zu Hause und das generiert natürlich sehr viel Stress und wenn die dann hier bei uns kommen, dann spielen alle diese Komplexen Fragen eine Rolle und dann das zehn Monate lang und dann kamen zwei Tage lang Beschuss, man wusste gar nicht, wo die Kinder sind in der Schule, zwei Tage dann in Bunkern ohne irgendetwas, ohne irgendwelche Versorgung und dann ein, zwei, drei Tage auf der Straße, auf der Flucht nach Goris und Armenien. Das verursacht unglaublich viel Druck und Stress, die Familie zu schützen. Das heißt, für mich ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, was jetzt die Wissen sind. Deswegen gehen wir auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ein, Hygieneartikel, aber wir versuchen auch psychologische Unterstützung anzubieten, ärztliche Hilfe. Also alle haben hier viel zu tun, um den Frauen zu helfen. Vielen Dank. Robin vielleicht dazu? Ja, genau. Also die besondere Situation hat wahrscheinlich glaube ich gerade auch gut geschildert. Da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Das ist eine Situation, die einerseits jetzt in der jetzt akuten Lage auf der Flucht gerade auftritt. Das ist eine Situation, die auch mit besonderem Bedürfnis und besonderen Bedrohungslagen einhergeht für diejenigen, die in Bergkarabach verbleiben und wo es wichtig ist, da auf die Sicherheit zu achten. Und es ist eine besondere Lage auch schon gewesen in der Zeit der Blockade und dadurch auch eine besondere Herausforderung. Wir haben ja auch die Berichte über Mangel der Versorgung bei Geburten und all solche Dinge. Das sind alles Berichte, die es gab. Das ist eine besonders problematische Lage und ich halte es für wichtig. Das ist Teil unseres Ansatzes auch in der humanitären Hilfe, genau diese besonderen Lagen zu berücksichtigen und einen besonderen Blick darauf zu werfen. Ich glaube übrigens auch, dass es wichtig ist, bei den Stabilisierungsmaßnahmen einen besonderen Blick auch auf einerseits die Bedürfnisse, aber andererseits auch die Rolle und die mögliche, auch besonders stabilisierende Rolle von aktiven Frauen in der Gesellschaft zu werfen. Ich glaube in all diesen Bestandteilen ist das ein wesentlicher Anteil davon, aber eben jetzt akut tatsächlich auch eine besondere Bedürfnislage und deswegen besonders zu betrachten. Ich würde eins gerade vielleicht noch anschieben wollen, weil das eben Gegenstand war. Die Frage, hat Russland die Region aufgegeben? Das war was, was gerade gesagt wurde, manchmal so als eine Überlegung, die überhaupt nicht so sein darf, dass es eher eine Bestrafung einer Regierung ist, die sich auf dem demokratischen Weg befindet, die klar Bekursorientierung macht. Wir erinnern uns an die Situation in der OVKS beispielsweise bei der Abschlusserklärung bei anderen Schritten, die da sind. Und dass sozusagen russische Zusagen und russische Sicherheitsrollen, die übernommen werden, auch nur so lange gelten, wie eine Regierung genehm ist. Das darf nicht so sein. Und insofern ist es wichtig, auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass die russischen Truppen auch eine Verantwortung übernommen haben. Ich habe sie gerade auch angesprochen in Bergkarabach. Aber das ist eine Sorge, die da ist, die man auch ernst nehmen muss und eine Lage, die man analysieren muss, wie viel sind eben solche Zusagen wert und was ist tatsächlich ein Destabilisierungsinteresse, was soll da sein. Vielen Dank. Dann gebe ich noch eine Frage aus dem Publikum rein und gebe die dann in die Runde und gibt dann Volker die Möglichkeit noch Fragen zu stellen, die dir Volker noch besonders aufgefallen sind. Ich würde diese eine Frage, die jetzt hochkommt, worüber glaube ich wir noch nicht viel gesprochen haben und die fragt Ben Reis in English Which role does Iran play in this conflict? Would the regime in Tehran intervene in case of an invasion of Armenia proper? So I think this is also leading us to the question about, you know, what happens now? Western Azerbaijan, the whole discussion about the corridor. So what would be Iran's role and would they accept it? Same actually for Turkey. What would be their role if that happened and would they let it happen? Anyone? Tom, maybe? Yeah. Just quickly, I mean, I think this is one reason. Obviously, we should be concerned about this too of southern Armenia, the corridor and so on. but I think the statements Iran has been making are one reason. They do have a deterrent effect. I would be surprised if we see the use of force in southern Armenia by Azerbaijan. Obviously, we should be paying close attention, but there are several deterrent effects. One is European monitors on the ground, the other is the warnings from Iran. The United States is strongly intervening on this issue. So we should watch this one closely. But to my mind, I think the main issue at the moment is in Armenia itself. It's not this issue. And if I may ask a question, which we haven't touched on yet, we're almost at the end, it's to Narek about, and indeed to Shoshanik, about to what extent you're worried about political stability in Armenia itself. Yes, that's my question to both of you too. Excellent. So Narek and Shoshanik on that. Narek and Shoshanik. Okay, I'll go first. Then fange ich an. Zunächst einmal zur Situation in Armenien. Die Situation in Armenien in Yerevan ist nicht besonders stabil, wie richtigerweise gesagt wurde. finden unterschiedliche Proteste auf der Straße statt. Es gibt auch kleinere Bewegungen. Es gibt aber auch die größere Bewegung, angeführt von der parlamentarischen Opposition. Gut, die sind nicht auf der Straße, wird aber angeführt von den zwei ehemaligen Präsidenten Armeniens. Robert Kujarian, ist dafür bekannt, eine bessere Beziehung zum Kremlin zu pflegen. Diese Proteste beobachten wir seit 2020, nach dem Ende des Ersten Krieges. Als sich die Verhandlungsdynamik für Armenien zunehmend verschlechterte, sind diese Menschen auf die Straße gegangen bei all diesen Versuchen, haben sie es aber nicht geschafft, die kritische Masse zu erreichen. Sie haben es nicht geschafft, dass das zu einem politischen Wandel führt. Und oft wird das falsch ausgelegt im Westen. und ich habe auch von Diplomaten gehört, dass das armenische Volk wohl einverstanden ist mit dem Verlust von Karabach, ansonsten würden sie Pashina nicht wieder wählen. Was ist darauf zurückzuführen, dass die Bevölkerung sehr enttäuscht war über die vorherigen Präsidenten? Ja, diese Enttäuschung ist so hoch, dass sie ihre Stimme wieder einmal Pashina ans Regierung geben würden, um sicherzustellen, dass diese ehemaligen Präsidenten nicht wieder zur Macht kommen. Und die politische Landschaft ist höchst polarisiert. Es gibt keine dritte Wahl. Es ist entweder das eine oder das andere. Und hier geht es nicht darum, dass das armenische Volk Karabach aufgibt. Es geht nicht darum, dass das armenische Volk es seiner Diktatur überleist, über ihre Mitbürger zu regieren. Es ist einzig und alleine der Glaube, dass ein anderer nicht besserer wäre als Pashinyan und dass wenn der ehemalige Präsident wieder an die Macht kommt, es noch schlimmer werden könnte. Das wird oft falsch verstanden. Bisher haben sie es nicht geschafft, die kritische Masse zu mobilisieren und ich weiß auch nicht genau, was geschehen wird. Bei Protesten ist es immer schwer vor Erd zu sehen, was geschehen wird. Und dann gibt es auch noch die russische Propaganda. Wann immer Kommentare gemacht werden in den sozialen Medien, wenn zu Protesten aufgerufen wird gegen Pashinyan, dann entmutigt das die Menschen nochmal um einiges mehr. Ist also wirklich kontraproduktiv. Wenn es nicht diesen Einfluss gäbe, wenn es nicht diese Opposition gäbe, dann würde ich sagen, dass die Regierung von Pashinyan schon lange die Macht verloren hätte, weil es nicht so, dass sie das breite öffentliche Vertrauen genießen. Es ist vielmehr so, dass die Alternative als noch schlimmer erachtet wird. Ich glaube, dass wir hier zum Ende kommen, Max. Ist das richtig? Ja, wir können gerne noch, ich möchte jetzt allen auf dem Panel noch die Gelegenheit geben, für ein kurzes Abschluss Statement, wenn ihr noch was sagen wollt, für maximal eine halbe Minute, zwei, drei Sätze, würde dann gerne Janik das letzte Wort geben, dass sie noch einmal sagt, was sie on the ground für Unterstützung benötigt, wo vielleicht auch Menschen spenden können, die unterstützen wollen, damit würde ich gerne enden. Also würde vielleicht nur mal beginnen in der Reihenfolge, wie wir angefangen haben, mit Narek, Tom, Robin, mit Last Statements und dann enden mit Janik, Narek, Tom, Robin. Very quickly. So should I start? Yeah, please start with kind of the last take. beginne mit meinen abschließenden Bemerkungen. Ich habe heute über einiges gesprochen und ich entschuldige mich, wenn manche meiner Bemerkungen emotional geladen waren. Sie verstehen sicherlich, woher diese Emotionen kommen. und Fakt ist, dass alles, was momentan geschieht, hätte vermieden werden können. Aserbaidschan hat seine Absichten nie versteckt und die Alarmglocken wurden geläutet und das wird sich auch fortsetzen. Jetzt gibt es die Forderung nach dem Sangesur Korridor, es gibt die Forderung von Enklaven und das sind alles direkte Bedrohungen, nicht nur für die Demokratie Armeniens, die uns so wichtig ist. Nein, es geht hier tatsächlich um die physische Existenz Armeniens. Armenien muss existieren, um die nachhaltige Entwicklung und die Demokratie vor Ort zu unterstützen. Aber das ist jetzt sehr viel schwieriger, denn wenn man sagt, dass man etwas nicht toleriert, man ist danach aber toleriert, wie das jetzt der Fall war, ja, dann bedeuten die Worte immer weniger. Die Zeit der Worte ist vorbei, es ist an der Zeit zu handeln, es ist an der Zeit Sanktionen sofort zu implementieren, wirtschaftliche Sanktionen und persönliche Sanktionen, nichts anderes wird funktionieren. Danke Narek, sehr klar, Tom. Ja, ich denke, dass alles gesagt wurde, was die politische Seite angeht, deswegen jetzt noch ein paar Gedanken, ich danke auch Shoshanik und Narek für ihre Arbeit, um den Menschen zu helfen, die flüchten. Es ist eine über 30-jährige Tragödie, die sich hier fortsetzt und es ist wirklich tragisch zu sehen, dass Menschen vertrieben werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass in den 90er-Jahren hunderte von tausend Aserbaidschani ebenfalls gelitten haben. haben. Also ich denke, dass hier die Politik gescheitert ist, die Situation ernst zu nehmen und jetzt befinden wir uns wieder einmal in einer schrecklichen Situation. Ich danke für ihre Arbeit, auch für die Arbeit der deutschen Regierung, aber ich denke, dass noch sehr viel mehr erforderlich sein wird. Aber vielen Dank. Danke. Robin. Aserbaidschan hat sich entschieden, eine mehrmonatige Blockade zu machen und für eine humanitäre Krise entschieden. Aserbaidschan hat sich entschieden, mit militärischer Gewalt Dinge durchzusetzen und Russland hat sich entschieden, der Verantwortung nicht nachzukommen. Nichts davon ist akzeptabel. Es ist sehr wichtig, dass jetzt ganz deutlich klargemacht wird, dass alles weitere Prozess sehr erforderlich ist, am Verhandlungstisch in Friedensverhandlungen geführt wird und keine weitere Eskalation stattfindet. Dazu gehört auch eben zu prüfen, welche weiteren Möglichkeiten wir haben, das sehr deutlich zu machen. Und in der akuten Hilfe ist es wichtig, sich jetzt für die Rechte und die Sicherheit der verbleibenden Menschen in Bergkarabach einzusetzen, humanitäre Hilfe dahin zu kriegen, die humanitäre Hilfe für die Geflüchteten zu leisten und die Stabilisierung, die massive Stabilisierung der demokratischen Regierung in Armenien als wichtigen Fokus mit dabei zu haben. Stabilisierung bedeutet langfristige Hilfe, die auch tatsächlich, also auch die Hilfe in fünf bis zehn Jahren, ich glaube, wir müssen mit langem Atem helfen, aber vor allem auch eine massive Hilfe, die jetzt gerade wirkt, damit sie jetzt gesehen werden kann, die eben auch kurzfristig da ist. Und Stabilisierung bedeutet ausdrücklich auch die territoriale Integrität Armeniens zu sichern. Ich halte es auch für wichtig, da die EU-Missionen in den Weg zu nehmen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das tun. Ich kann mich auch nur anschließend dem Dank an alle, die vor Ort helfen, an alle, die sich einsetzen in dieser schrecklichen Situation. Und mein Dank auch an Europe Calling und die DGO für dieses Webinar heute. Denn ich finde es wichtig, wir haben viele Dinge in der Welt können auch passieren, weil wir nicht genug als deutsche Gesellschaft hinschauen und das nicht genug machen. Und ich finde es wichtig, dass jetzt alle Augen gerichtet sind und das auch bleiben und nicht schnell wieder woanders hingehen. Und deswegen vielen Dank für dieses Webinar. Und ich glaube, es wird noch viele weitere Formate brauchen, damit wir die Aufmerksamkeit in der deutschen Gesellschaft hochhalten. Danke dir. Volker, magst du jetzt schon kurz noch in deiner Doppelrolle etwas sagen? Ich möchte nur, bevor Herr Schanig spricht, ich habe zum Politischen alles gesagt und unterstütze das, was Nadek gesagt hat, voll und ganz, wir brauchen mehr Engagement, klarere Sachen, aber zu der humanitären Sache möchte ich nur zu der, bevor Frau Schanig spricht, zu der Organisation was sagen, für die sie arbeitet. People in Need ist nicht irgendeine kleine tschechische Organisation, sondern es ist die wichtigste europäische Menschenrechtsorganisation und Hilfsorganisation in Osteuropa. Sie ist groß, sie ist professionell, selbst auf der Ebene der europäischen Diplomatie, wenn es darum geht, wie können wir denn jetzt eigentlich helfen, konkret und was umsetzen, kommt sofort People in Need, weil sie die Leute vor Ort haben, Leute wie Schushanig, sie wissen, wie das geht und deswegen sind diese Spenden nicht eine kleine kleine Organisation, sondern sie sind absolut an der richtigen Stelle für People in Need und dazu kann ich jetzt konkret alle nochmal aufrufen und Schushanig das letzte Wort geben. Schushanig. Danke, Volker, für die Worte über People in Need. Ich möchte eine Geschichte betonen, die ich über die letzten Tage hier gehört habe, aber ich bin nicht dazu in der Lage, weil wir nun seit längerem uns in dieser Tragödie befinden. Ich möchte die internationalen Medien einladen, eben auch die Geschichten zu erzählen über die Zivilisten, die leiden müssen, aufgrund der Politik, die hier geführt wird. Ich wünsche mir natürlich, dass alle überall sicher leben können und People in Need wird sich weiterhin einsetzen, um Menschen zu unterstützen. Journalisten. Ja, ich warte auf Sie hier, ich warte darauf, hier Gastgeber zu sein, bitte laden Sie alle Journalisten ein, damit sie auch sehen können, was vor Ort hier geschieht. Danke dir. Da sind auch viele heute von dabei im Publikum. Ich hoffe, du wirst E-Mails und Anrufe bekommen und hoffentlich auch viele Spenden. Es bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank auch an alle für ihren neuen Einsatz und alle im Publikum, die dabei waren und Fragen gestellt haben. Wir konnten natürlich nicht wieder alle beantworten, aber es waren teilweise über 400 Leute in dem Raum. Das ist gut, das ist wichtige Aufmerksamkeit, aber wir müssen jetzt wirklich schauen, dass die Aufmerksamkeit nicht wieder verschwindet. In diesem Sinne, herzlichen Dank, einen schönen Abend, viel Kraft nach Armenien und nach Bergkarabach in dieser schwierigen Zeit und alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Europe Calling. Tschüss. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sir.